Das ganze Land hörte mit, einschließlich tausende Menschen, die aus den Lagern, aus den Gefängnissen kamen, wie ich. Ich war auch arbeitslos und wir waren stolz auf diese Mannschaft, die 32 Siege errungen hat. Und dann kam diese Nachricht, die Niederlage. Das wurde von mir und von allen anderen als eine Art nationale Tragödie aufgefasst. Und die erbitterten, erschütterten, verblüfften, wütenden Menschen haben die erste spontane Demonstration in Ungarn seit der kommunistischen Machtübernahme gegen den politischen Chef des Fußballbundes, einen gewissen Gustav Schebesch, organisiert. Das war der Vorbote zum Aufstand zweieinhalb Jahre später.